Das kann ja nur schief gehen Mit drei Leuten haben wir auch die Mehrheit hier, wir können bestimmt was mit spielen Ein Hoch auf die Demokratie Hab ich jetzt die Wette nicht gelegt? Mach keine Ahnung Der hat auch den Bugatti Alter, wir verpennten da wieder Boah, du Klar, setze ich erstmal selbst jetzt aus, nur weil ich den Radiosender wechseln wollte Die sind halt hier echt auf Konfrontation aus Da haben sie bei mir schlecht schaden Die gehen die schon wieder da vorne Dann hab ich wieder auf dem falschen gewettet Über die Ampel kommt man nicht zu leicht Voll abgebremst Mit dem Sportwagen nicht unbedingt Ja Der Sand of Storm würde mir Unterstützung geben Oh Gott scheiße Wo war das Glück und Unglück Warum ziehe ich auch immer die Handbremse, damit ich nicht umgehen kann ich finde es ein spaß nein shit hast du jetzt eigentlich die fahrzeuge ausgestalten also die zivil ich finde es ohne zivilfahrzeugen wie lange ich war was für ein sprung das ist wieder autoren fahren lernen nein was das bist du für den spacken alter lol wieder einfach nur treu du wichser wichser dieser wichser wieder einfach nur mich halt doch weiter halten will ja was für ein wichser ist das weil er hat schon verlorene weil ja das ja da die folge geflasht der wichser und da ist halt gerade schneller als ich da kriegt mich halt echt immer der ist rein von der maximalen geschwindigkeit ich habe echt ich bin vierter platz verloren weil der mich einfach hinten aufwältig kann ich zugegen tun außer vielleicht ja vielleicht ist jetzt nein dieser klanke da bräuchtest du echt haftbomben fertig ja das ist nein ich schon wieder ich bin so dumm ist das ein assi gewesen selbst dem ist der hat jetzt der hat mich jetzt nur da verpiss dich das ist unglaublich ich habe mich jetzt nur hinten gehalten ganze zeit und ziele ist nur mich hinten zu halten wahrscheinlich damit damit ich denke mal der gott zu dem anderen typen damit der andere typ wenigstens doch vorkommen weil er hat einfach verloren weil der was vor mir ist es eigentlich hinter mir ja ich fast überrundet was für ein peter aber okay so ist das manchmal so kann man auch spielen asozial aber soziale sind noch nicht das ist ja nicht die stärke von geht ja gerade noch dass ich das noch rennen beendet habe wegen ihm was für ein pisser aber ich bin nicht wütend ich bin nur enttäuscht wer ist erster wer sagt mir nicht wer ist erster ich sehe es gleich nein wieso oh du scheiß hipster ich hasse wieso bist jetzt wieder zweit ja weißt du wieviel aber gut ich hab die wette hab ich die wette platziert ne sonst hätte ich ein minus drin oh ich wollte 1500 auf dich setzen also ich war zu blöd um das richtig zu machen ja ich hab 500 auf mich und 500 auf dem handi aber trotz Minus naja wie auf Schienen oder wäre doch mal interessant wie auf Schienen wird auch gut bewertet an 47 höchste Bewertung das ist ein Radrennen echt ja ja na gut jetzt kommt mal die Sportlichkeit ja erstes Mal beende jeden Robbjahrfallfinales zum ersten Mal verdammt nein ist abgehauen ach mit Motorrädern aber naja ok klar das sind auch Räder so wie war das mit Verkehr Verkehr ein jetzt hauen sie alle ab weil alle immer nur Autofahren check warum müssen wir nicht immer in der Nacht fahren so cool ist es auch wieder nicht warum an die verkacken Staaten ich bin hinter dir ja lol wer einfach vorbeizieht sollte man ja den Windschatten auf nutzen ja die Gönmaschine ja warum komm ich nicht dran ja ich habe aber auch damit gerechnet dass hier irgendwie ein bisschen mehr Schotter ist so aber naja ok ja war ein Scheiß aber Windschatten ist schon gut ich komm nicht an euch ran ja nein na toll wie kann ich nochmal äh 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 dreieck oben y oder was das ist äh das ist scheiße echt ich war grad so gut dabei oh der Andi zieht mich voll yeah ja das hat vorhin einen anderen Tipps habe er schon vorgezogen eigentlich aber man sieht die Freude war nur kurzfristig jetzt häng ich wieder ganz hinten ab das ist unglaublich ich bin so schlecht bei Rennen wie es aussieht offensichtlich bin ich sehr schlecht aber wir haben ja ein heißes Duell das ist toll ich werde es aus der Ferne beobachten er ist auch hängen geblieben wow das war knapp ja ich hoffe dass die Blätter auch platziert war weil es ging zu schnell ich konnte es glaube ich nicht mehr bestätigen ja die Karre von mir kommt echt nicht in Wallung ihr kommt wahrscheinlich gleich echt schnell wieder ran ja wir können uns gegenseitig hier wieder ziehen also ich komme auf jeden Fall langsam wieder hinterher aber ich weiß nicht ob das reicht weil ihr seid schon sehr weit weg ich sehe euch doch da schon wieder ankommen ich habe es auch nicht schnell genug geschafft mit dem nächsten Checkpoint boah der hat mir voll den Kick gegeben du bist doch ab nee du hast dich gefangen ne du bist auf Platz 1 Respekt wow 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 alles gut fack da reingeblieben alter das ist das nein alter nice nice oh man alter das gibt es nicht wir beide verkacken und er rasteren uns vor beiden zielen ja ich hasse euch alle ich bin wieder letzter echt letzter vorletzer der ist das gleiche alter der freut sich grad ein drittes Loch nach äh ein zweites Loch nach wahrscheinlich echt nee 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 die Geste ey gut ich hab die Wette Gott sei Dank nicht platziert jetzt war noch nicht mal eine Sekunde Unterschied ne boah das ist echt hart ne oh und ein Subungeheuer was boah ja okay aber wahrscheinlich musst du dann die Zemio und nochmal aufteilen ne die nicht die kriegt jeder Bonus also jeder extra okay nehmen wir alle ein ein Monster ja ja achso schon oder ja würd ich gern wissen was der andere nimmt aber ist egal ich nehm was ja er würde eh was anderes haben wahrscheinlich ja so schnell kann ich nie ne Wette platz hier ne ja dauern nice sehr gut ja Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter ich häng halt vor jedem Baum Ja, endlich meine Zeit ist gekommen, oh Gott, das ist so schrecklich Boah, Alter, hier stehen so viele Bäume rum und so viele Schlaglöcher Wieso, die Schlaglöcher sind das schlimm, die Bäume, die kann ich ausweichen Ich komm aber auch nicht an den Vita ran Lasst mich in Ruhe, einmal, ich bin nur einmal gewünscht Boah, das ist kein schönes Rennen Wir hätten zweimal hintereinander bei mir im Rade das gleiche Lied kommt Nee, das ist zu freaky, oder? Ja, das ist ja überhaupt nie, ey Ja, da kommt es halt darauf an, dass du das Auto dann im Flug halbwegs steuern kannst Oh Gott, so ich auch schon, aber Nein Komm, dreh dich um jetzt Nein, verpiss dich, geh weg Zweue Scheißdinge, die lassen mich in Ruhe Oh nein, erzhaft, erzhaft Oh, nein Ah, ich dreh mich, oh Gott Ist mir schlecht Ich hab dir nichts getan Oh, scheiße, ey Na toll Resport Resport Hallo Oh, nein, ich hab russisch das nicht, Idiot Oh, na toll Das ist so eine Scheißstriche, echt Toll ich kotze Oh Gott Und vor allem Videohalter, die Kurven und so fahren muss Man, ich war gerade die ganze Zeit auf Platz 1, so ne Scheiße, ey Da wird man ja aggressiv hier Von mir einen Daumen nach unten Wobei, jetzt auch glaube ich, ist es auch sehr lustig, ey Ich bin wieder so Ja, aber ich glaube, ein Motorrad ist hier besser Naja, wahrscheinlich Unser Truck, der Schaukel ist so hoch Aber das wurde halt im Vorschub mit dem Sportvertrag gestalten Dann dachte ich mir, ja, ich muss ganz gut sein Habe ich mich gehört, hui Ich meine, es ist schon irgendwo lustig, wenn du die ganze Zeit herumfliegst, aber Es ist halt auch nervig, weil Eigentlich müsst ihr ja Speed haben Ah fuck, ich Idiot Da hab ich jetzt ein bisschen zu sehr gedacht, ich wäre in Arm und kann nicht jedes Gebüsch fahren Hui Komm Kobi, hol mich auch nochmal ein, damit ich ja wieder letztens bin Ich glaube ich schon Du bist gerade mir echt schon nahe gekommen Und, komm mal dann Ach, leck mich doch, ich hasse dich So komme ich auch schneller an meine Sieger an die Rennen Ja Da hätte ich die Kurve so genommen, wie jetzt hat, ja Dann wäre ich zweiter geworden Oder vielleicht sogar erster Meine Fresse ey Ist das ärgerlich Keine schöne Strecke Nein Ah, Mann ey Ich zicke die hasse Ich zicke die hasse Ohne Scheiß Ich hasse ihn zu sehr Unten auf der Rennbahn oder Chillert Lawine Oh ja, auf der Rennbahn Auf der Rennbahn Wobei Chillert Lawine auch nicht schlecht ist Naja komm, mach die Chillert Lawine Und die wurde sehr gut bewertet Kommt jetzt, stand 1-1, ja Kann ich jetzt einmal Weil ein beschissenes Rennen gewinnen Oh Fieta Wenn du alleine ein Rennen fährst, ja Alle fünf Rauberefälle Komplett in der Ego Perspektive Habe sie zu einem Bonus von Höhe von 100.000 GTA-Dollar Das anführt Das Lobby-Förste Ego-Perspektive In der Lobby Vor jedem Job festgelegt, irgendwas Was? Okay Fieta verlassen schon wieder Ja Alter, was ist denn bei dir los, man? Keine Ahnung, ich sollte nicht so viele Vornes hinterladen Ähm, lad mich wieder ein Der andere denkt sich Oh, Alter Was stimmt bei dem nicht? Ja, wahrscheinlich Nichts haut hin Ich mach grad überhaupt nichts Im Internet Außer Pornos, aber das ist ja legitim Es lädt auch immer ewig Also irgendwie ist das alles Leicht merkwürdig Aber was willst du machen? Was willst du tun? Ja, und der Ladevorgang ladet Ja, die sind alle ein bisschen zu lang Äh Hättest du mal auf der PS3 spielen sollen Pfff, da war schlimm Eher ohne Scheiß Gut, auf der PS4 hab ich den Online-Mode nie gezockt, ne? Jetzt haut der Revenge ab Naja, egal Ja, klar Es werden noch viele VR kommen Was du immer den Radiosender einstellen musst, ne? Soll ich starten, oder wollen wir die 50 Sekunden warten? Hast du noch jemanden da rein? Also ja, vorbei Ist ja eher ein Rennen für 4 Ja Ja, dann scheiß drauf Start Was nehmen wir? Ich bin für... Mieser Für was? Mieser? Nee Mieser Einfach so Injection Ja, ok, Injection, los Wenn wir sagen, irgendwie wiederholt sich die Playlist echt ziemlich schnell Ich dachte hier echt länger Was? So, jetzt zeig ich euch mal Wie der Vita fahren kann Ja, jetzt bin ich ganz hinten, siehst du? Neckern da drum Mhm Vita, was bist du? Ja Hahaha Super Super Naja, ich weiß nicht Wann muss man da genau draufklicken? Das ist irgendwie komisch Also 1, 0 und dann Huiiii Kampien 0 Gott, toll Ach, verdammt Hätte ich dich wenigstens noch mit ins Leid gezogen, wäre alles cool gewesen Hab ich auch so ein bisschen überschlafen Ja, ok, dann darf es echt nicht zu viel Gas geben, ne? Oh Gott, ist das eine furchtbare Strecke Andersrum Andersrum? Nach oben fahren Na glaub ich nein Na toll Oh Schade Sticke die sich gedreht Wo ist? Respawn F gedrückt halt nur da oben die Taste 3 Was? Psch, schnack's nicht Gib mir doch weniges Nise-Shorts Alter, wie lange dauert denn das? Ja, ist ordentlich Sehr lange Scheiß Auto Hallo Wie geht's? Boah, nee, fährt aber Ist auf dem Auto, wenn man merkt, wie langst du das ist, ne? Ja, jetzt ist aber die Strecke insgesamt angenehmer Ist halt Vollgas Oh, hier ist wieder Stopp Was ist denn die Sch- Die Sprungschanze? Alter, hör auf zu rammen, du Wichser MEIN Gott Ja, du doderst, was? Fuck, ich hab auf dich gewertet NEIN Äh Ich hasse das mit den Betten, aber ich mach's immer wieder, es macht süchtig Wuii Wuii Alter, wo geht's denn jetzt lang? WOOOOO DIN DIN DUN Nein Nein, Stein Nein, oh fuck Nö Das geht nicht, warte auf mich Oh, da wer hat Platz 1 Wer hat Platz 1 Also am Strand sind die Dinger ganz schön lahm Oh Gott, ey, ich bin so schlecht, das ist nicht zu passen Also Hätte ich dich nicht blockiert, wärst du vielleicht sogar noch ersten Platz geworden an Nö, ich hab mich da auf so'n scheiß Poller festgefahren, nämlich oben drauf Jaja, das hab ich schon gesehen, aber ich hab dich irgendwann so gestört Und das hätte vielleicht wär nochmal ein Unterschied gewesen zu Kobi Ah, Mann ey Ich bin ein perfektes Rennen gefahren Ach, du kannst mich nicht Nee, auch nicht, ich hab mich auch einmal wieder geblieben Du kennst mir alle mal Meine Zeit wird kommen Kann ich wieder die Wette nicht platzieren? Ach egal So Ja, wenn nur einer wettet, dann zählen die nicht Ja, wenn nur einer wettet, dann zählt keiner Wette Musst mal drauf achten, wenn das Rennen anfängt, ob da steht Wette wurde nicht angenommen Wie wärs mit Drunter drüber? Boah, fliegen Ist ja unfair, du kannst voll gut fliegen Ach, Mann Ja, wir müssen uns auf dem Jet halt festlegen Also ich bin Ich bin jetzt mal so'n Flugzeug Ach, muss ich doch mal den Controller holen Das letzte Mal bin ich geflogen, das war 2013 Ja, der Spiegel bei dir, hey Der Vita fliegt eh wieder raus Mal gucken Stimmt, das hab ich hier ganz vergessen, ich fliege eh wieder raus Verlassen, da steht schon Ja, lol Weg ist er Wir sollten vielleicht irgendwann mal einen neuen Server dann öffnen Ja Na, ich will mal so frei zügig sein und den Vita einladen Gobi, lädst du mich bitte ein? Ich möchte nicht von Zicke, die eingeladen werden Der ist mir zu vermessen Nippel, kannst du mich mal Kleine Zicke Du bist eine Zicke Guck dich mal an Kann dir da noch Was eine Zicke, hey Aber dir selber noch einen Schenke geht nicht Ich bin trotzdem mal bei alle bei, ich hab nicht ewig Zeit Ey, Vita trotzdem mal bei alle bei, ich hab nicht ewig Zeit Ich kann nichts dafür, wenn's lädt Dann lad schneller Ja, weg den Hamster mal Ja, Moment, ich gucke ich leider Zeit überschreibe auf dem Laden, dass ich jetzt so kehre zur GTA 5 zurück und versuch's nochmal Ist ja unnormal, immer fliegst du vom Server runter Ja, geht's doch jetzt mal aus dem Server raus und mit jemandem neuen Server, Leute Ihr könnt's mich alle mal Ja, dann machen wir beim nächsten Mal freier Modus und dann machst du eins noch Ey